Mmmmm, werde Leute, Serplin hier. Heute geht's mal um was man sich einfach nur noch abfuckt und zwar die ganzen horny Kinder auf YouTube. Es ist halt wirklich mittlerweile eine Pandemie, wie viele Kinder einfach nur auf YouTube gehen, um Porn zu schauen. Porn. Fucking Porn. Das ist halt so, warum zur Hölle schaust du Porn auf YouTube? Das sind wirklich die Kinder, die nicht wissen, dass es Dinge wie Pornabview, Porn oder so gibt. Es ist einfach fucking nochmal disgusting. So, denkt mal drüber nach, das sind irgendwelche Kinder, die auf YouTube gehen, um sich den mmmmm zu polieren. So, es ist... Es ist halt einfach witzig, also besonders, weil ich das erst mitbekommen hab, da ich dem Video ein paar Pornobutz gemacht hab. Und einfach nur Porno in den Text zu haben, reicht anscheinend, damit du ein Video zu dem beliebtesten Video deines gesamten Kanals neben meinem Lagerkiste-Video machen kannst. So, bravo. Bravissimo. Ihr habt's einfach geschafft. Es ist fucking nochmal legendär. Er war ein Video über Pornobots auf Twitter, das ist mein erfolgreichstes Video auf YouTube. Ich hab's auf jeden Fall geschafft. Ich hab YouTube durchgespielt. Bitte, bitte. Kein Applaus. Ich weiß, dass ich der Beste bin. So, what the fuck. Vor allem, ich kann mich halt da nicht drüber aufregen. So, ich find's halt einfach viel zu witzig. Einfach irgendwelche Kinder gehen auf scheiß YouTube um sich. Keine Ahnung, den Lachs einmal zu Butter und so, das ist fucking krank. Naja, keine Ahnung. Was soll ich denn groß machen? Ja, lacht euch darüber hin kaputt oder so. Ich wollt's einfach nur mitteilen. Danke, wenn ihr euch das bisher angeschaut habt. Dann seid ihr ein Ehrenmann oder so. Ne, bleibt toxisch. Es liket mich, deaktiviert die Glocke, deabonniert mich und jetzt... Und ich lege es in den Sinn, ja?